So, das ist die Lage. Das ist die Lage. Das ist die Lage. Als Japan. In meinem japanischen Imperium. Die Lage ist so, dass alles pink ist. Meins ist. Aber hier. Ja, jetzt bin ich im Krieg. Jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Korea gehört nicht dazu. Aber sonst. Alles Grüne. Alles Grüne. Gehört zu meinem Imperium. Ja, das da, das da. Das ist Mexiko. Alaska. Ganz Alaska. Mexiko. Central Afrika. Maragaskar. Und ich habe... Ja, und das Türkische gehört auch dazu. Das sind Tributeer-Staaten. Ich habe Anglian eingenommen. Ich habe halb Portugal eingenommen. Und Aragon. Und halb Afrika wasalisiert. Und da habe ich Krieg mit den Osmanen. Und Ming. Ein Imperium. Und hält drei große Objekte. Australien, Mexiko und Alaska-Kon. Offensichtlich. Mir gehört Kamtschatka. Russland ist ganz, ganz, ganz sauer. Deshalb. Und die Dinger. Das nicht. Es gehört England. Das alles. Leider. Obwohl, das gehört mir. Wie bereits erwähnt. So, wie sieht es mit den Kulturen aus? Das ist natürlich noch interessant. Hier gibt es kein Spanisch. Gar kein Spanisch. Spanien wurde ausradiert. Dafür gibt es Frank, Französisch und Englisch. Und Portugiesisch. Saigoku. Als Dialekt. Meiner, meiner Hauptstadt. Wurde weiter verbreitet. Das ist jetzt fast überall. Warum gehört mir das nicht? Weil das mir zwar gehört, aber nicht in meiner Kulturgruppe ist. So. So. So halt.